So, willkommen zurück zu Universum. Wir spielen immer noch den Schöpfer-Modus. Ja, wahrscheinlich so lange, bis mal der nächste Patch rauskommt. Ähm, ich hoffe, dass bei mir hier jetzt bald mal die Zementfabrik ordentlich Material liefert. Meine Holzraffinerien könnten auch ein bisschen produktiver sein. Ich weiß nicht, ob ich zwei habe oder drei. Im Moment vergiften sich nicht mehr ganz so viele Leute am schlechten Wasser. Keine Ahnung, woran das jetzt liegt. Die Bevölkerung ist aber auch wieder leicht zurückgegangen. Ich muss mal einen Friedhof suchen und gucken, ob die jetzt an einer Altersschwäche sterben oder ob die an einer Krankheit gestorben sind. Altersschwäche, Altersschwäche, Altersschwäche. Altersschwäche, 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 Altersschwäche. Okay, gut. Ich dachte, hier brennt es. Schule, los, ein Lehrer. Ran. Da hat sich schon wieder jemand verletzt mit Essstäbchen oder sowas. Blups. Blup blup. Warum arbeitet hier niemand immun? Du kannst im Öl arbeiten. Wie sieht es hier aus? Die sind immer noch aggressiv gegenüber uns. Komm, dann soll es brennen, das Dwarf. Und wehe, wenn meine Feuerwehrleute da rüber laufen, um zu... um zu löschen. Junge. Junge, das sind unsere Feinde. Aber echt ein netter Zug von dir. So, ein paar Gefeute heilen. Hier ist noch eine Gasmine. Oh, was? Achso, das war. Das war das Dwarf. 22. Rennen wirklich meine Feuerwehrleute da rüber? Da, da, da. Über ein bisschen Heilung. Seewasser. Leute, warum trinkt ihr Seewasser? Meine Güte. Ein bisschen See in der Nähe. Ja, hier haben sie rausgetrunken. Du trinkst kein Seewasser. Hör auf damit. Ich brauche nur ein bisschen Zement. Wo ist meine Zementfabrik? Da hinten irgendwo. Zementfabrik. Ja. Da braucht ihr noch die Bretter. Hahaha. Hier braucht ihr die Bretter von der Holzraffinerie. Die verursachte eine Katastrophe. Zeig. Feuer in der Nähe. Hat er das schon gelöscht? Sei bereit. Große Achte. Große Achte. Eine Katastrophe. Hm. Ich weiß jetzt nicht, was... Was die meinen. Gebäude eingestürzt. Ich hoffe, das waren jetzt die Gebäude von der... Von dem Nachbardorf. Hier fehlt es auch an Brettern. Kurierhütte. Restaurant. Da hat schon wieder einer schlechtes Wasser getrunken. Boah. Hör auf damit. Irgendwelches... Gammliches Wasser zu trinken. Hör auf damit. Irgendwelches... Hör auf damit. Meine Güte. So. Wie sieht es hier aus? Müssen wir demnächst mal wieder... Die Seen auffüllen. Ah. Hier können wir eine kleine Wolke drüber setzen. Da, da, da. Steinmine. Stein haben wir eigentlich genug. Holz bräuchten wir mehr. Oh. Die arbeitet alleine. Einsiedler. Komm. Da und da pflanzen wir auch mal... Ein paar Bäume direkt an. Da habt ihr ordentlich zu tun. So. Wo war meine andere? Ähm. Oh. Der ist auch allein. Einsiedler. Nein. Wirkoholik. Wirkoholik wäre... Ja. Mach mal. So. Und da und da und da. Und da und da und da und da. Feuer entflacht. Feuer entflacht. Zeigts mir. Heilung, Heilung, Heilung. Heilung, Heilung, Heilung. So. Ich hatte doch noch irgendwas gelesen. Mh. Mh. Irgendein Problem war... noch. Aber was? Hat sich wieder jemand verletzt? Nee. Da gebe ich nicht so acht. Essen haben wir genug. Feuer. Bitte. 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 Hört auf immer mit Feuer zu spielen. So. Hier hatten wir die Bäume aufgeforstet. Noch so ein Forstgebiet hatten wir nicht gehabt. Oder? Doch. Hier. Sägewerk. Holz. Komm. Priorisieren. Feuer entfacht. Das gibts nicht. Wieso zur Hölle? Habe ich eine Feuerwehr hier hinten? Ich setze hier eine Feuerwehr direkt vor die Nase. Das kann man auch priorisieren. Hier ist noch eine. Strom. Feuer entfacht. Ingenieure. Schon wieder. Leute. Was machen die Ingenieure nur die ganze Zeit? Was hier alles permanent anfängt mit Brennen. Moment. Hier ist Platz. Hier kommt noch eine Feuerwache hin. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Da da da. So. So. Oh. Unsere Bevölkerung ist massiv zurückgegangen. Oh. Wir haben keinen Bürgermeister. Komm. Routineaufgabe. Dass ich verletzt habe. So. Ab zum nächsten. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Heilung machen hier. Taverne. Feuer entfacht. Ich glaube meine Jagdhütten kann ich jetzt mal langsam zu machen. Kurz mal Pause. Jagdhütte. Erstmal alles aus. Jagd, Jagd, Jagd. Jagd. Jagd Tötter. So. Aus. Na. Aus. aus, aus. Mittlerweile haben wir genug zu essen. Und die verletzen sich eh viel zu oft. So, wie sieht's aus. Gas. Gucken wir doch mal. Gas, Gas, Gas. Habe ich keine freien Arbeiter mehr? Habe ich echt nur eine Gasmine? Ach, Glas. Oh Gott. Ähm. Nein. Ach. Bin ich dämlich. So. Gasmine. Zwei, zwei. Was Ingenieur droht einzustürzen. Nein. Feuerwache daneben. Los. Gott, meine Bevölkerung, die geht gerade massiv runter. Feuer entfacht schon wieder. Leute, ich kann bald nicht mehr. Könnt ihr euch nicht mal ein bisschen zusammenreißen. Hm. Bürgermeister haben wir noch. Vier Leute mal bitte nicht einteilen. So. Gleich kommt der Winter. Oh Gott. Und unser Strom geht gerade komplett flöten. Feuer entfacht. Wo ist das jetzt schon wieder? Nein. Komm. Sag mir nicht. Das Ding ist eingestützt. Taverne. Komm, Arbeiter rein. Kurierhütte. Ah. Infiziert durch schlechtes Wasser. Ich. Pest verbreiten. Gott, oh Gott. Pest. Da, 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 da. Komm. Komm, komm, komm. Du bist geheilt. Das hätte jetzt noch gefehlt, aber wir haben eh nur noch... Gut. Gut. Wir haben... Wir haben drei... 25, 26 Kinder. Priorisieren. Los. Gott, oh Gott, oh Gott. Krankenhaus. Hier arbeitet auch schon lange niemand mehr. Was ist hier eigentlich? Was ist das? Der Wachtturm? Ne, den brauchen wir tatsächlich jetzt nicht. Ähm... Steinraffinerie. Steine haben wir. Ja. Lassen wir mal leer. Ja. Bis der Bürgermeister dort jemanden einteilt. Ah, Bauernhof. Lager. Funktionsfähig. Das ist... Mal schön. Hier, hier raucht es irgendwie. Ähm. Hm. Na egal. Wasser. Okay. Ähm. Nach Feuer sieht es jetzt aktuell noch nicht aus. Es fehlt einfach an Brettern. Die irgendwo produziert werden und die dann verschwinden. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Stahl. Eisen. Eisen ist ja da. In geringen Mengen. Wie sieht es hier aus? Das sieht noch angenehm aus. Ja. Überall mal ein bisschen Heilung drauf. Da, 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 da. Überall ein wenig Heilung. So. Bürgermeister. Vier. Vier. Vierunddreißig Kinder. Sehr gut. Das ist der eine Friedhof. Wo ist mein anderer Friedhof? Nochmal. Da. Altersschwäche. 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 Nuggets starb durch Feuer. Okay. Ingenieure. Letzter Schliff. Ähm. Schwach. Faul. Komm. Ein fauler Ingenieur. So. Ähm. Warum nicht? Ähm. So. Gleich wird Winter. Nochmal nach meinen Batterien schauen. Oh Gott. Die sind fast aufgebraucht. Da. 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 So. 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 Sollte erstmal wieder ein paar Tage reichen. Oh gut. Der Wind. Der Wind bläst auch gleich los. Fischpia steht selbstständig. Sollte eventuell erneuert. Feuer entfacht. Äh. Katastrophe. Feuer. Feuer. Feuer entfacht. Ingenieure. Ach. Oh Gott. Und. Ein schlechtes Wasser. Feuer. Feuer. Hier hinten. Direkt. Heilung drauf. So. Und wo. Wo sind die. Da. Ok. Wir brauchen hier hinten unbedingt. Brunnen. Da. Und da. Taverne. Feuer. Feuer. So. Nochmal zurück. Ich hab da hier. Jemanden. Versucht. Beim Vorbeigehen. Zu heilen. Hatte das gereicht. Ah. 65. Wahrscheinlich nicht ganz. Gut. Immer noch ein paar. Oh. Und. Eigentlich ist die Folge auch zu Ende. Dann sag ich mal. Tschüss. Ciao. Bye. Bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.